Wir sind hier heute in unserem Labor. Wir werden heute unsere sechs Kuscheltiere testen, ob sie Korrupten haben. Dafür haben wir solche Zettel uns ausgeschnitten. Die findet ihr auf unserer Website und dafür braucht ihr auch noch Wattestäbchen und Zetteln von unserer Website. Die müsst ihr ausdrucken und dann ausschneiden. Also die hier und die anderen Zetteln. Wir haben jetzt alle Teile also richtig zusammengesetzt und haben sie hier richtig stehen. Und jetzt gehen wir zu den Patienten und schauen also welchen Virus sie haben. Und dafür brauchen wir die Maske, weil sonst könnten wir den Virus haben, um sie anzustecken. Und sonst werde ich gut. Und wenn sie um... Jetzt brauchen wir ein Wattestäbchen und tun es in die Nase voll. Das ist jetzt viel drauf und tut den Beweisernennen. Und jetzt wischt man noch was drauf. Und jetzt hier wartet. Schreiben wir hier drauf auf, wo auf Patient steht Haski. Und jetzt machen wir das mit den anderen. Jetzt vergleichen wir den Rand da oben mit den Antikörpern. Ich mach groß und hoch. Unser liebes Kuscheltier Haski hat die Grippe. Während wir unsere anderen Kuscheltiere noch verarzten, könnt ihr auch eure Kuscheltiere verarzten. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt hab ich das mit den Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020